Du willst Eis ohne Farbstoffe und Aromen? Du stehst auf Natur pur? Das kannst du leichter haben. Der Vogelschuss hat begonnen. Leider ist noch nichts los, ich war zu früh dort, es hat auch geregnet, es fließt auch. Aber ich habe das Feuerwerk gesehen, der Vogelschuss hat angefangen. Ihr könnt rausgehen, könnt ihr euch vergnügen. Montag, und viel하면 fuck nee 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 natürlich �